Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Themen-Special der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft. In dieser Informationsreihe sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus unserem Netzwerk zu speziellen Themen aus der Gesundheitswirtschaft weltweit. Wir schauen in andere Länder, was dort gerade passiert. Mein Name ist Axel Lose, ich bin bei der Exportinitiative Gesundheitswirtschaft und heute haben wir wieder mal ein unglaublich spannendes Thema. Es geht um Präzisionsmedizin und auch personalisierte Medizin und wir schauen auf die andere Seite der Welt nach Australien. Wir alle wissen, dass innovative Ansätze die Landschaft der Gesundheitswirtschaft unglaublich verändern. Und heute wollen wir erfahren, was Down Under los ist. Wussten Sie beispielsweise, dass es auch ein nationales Genomprojekt gibt in Australien? Darüber und noch über viele andere Themen werden wir mit unserem Gast sprechen. Wir wollen schauen, welche Fortschritte es in Australien gibt und welche Chancen auch für die deutsche Gesundheitswirtschaft daraus erwachsen. Und wir, das sind mein Gast und ich, ich freue mich sehr, heute Bettina Schels, Cluster Managerin, Health und Life Science bei der Deutsch-Australischen Handelskammer begrüßen zu dürfen. Frau Schels, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Bevor wir in die Tiefe gehen zur personalisierten Medizin, könnten Sie uns vielleicht noch ein, zwei Worte zu sich sagen und vor allem eine Frage, die mir wirklich am Herzen liegt. Das Gesundheitscluster in Australien, was hat es damit auf sich? Denn wenn wir auf die Landschaft der Auslandshandels, kann man schauen, ist es doch etwas Uniques, etwas Einzigartiges. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, Herr Lohse. Freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde und auch ein herzliches Guten Morgen, guten Tag nach Deutschland hier aus Australien. Danke für die schöne Einführung. Ja, ich bin bei der AHK Australien für den Cluster Health & Life Science zuständig. Wir haben bei der AHK Australien ein bisschen ein einzigartiges System, dass wir neben unserer natürlich normalen Mitgliederbetreuung und auch Markteinstiegs- und Netzwerkarbeit auch spezialisierte Cluster haben. Wir haben aktuell drei Cluster. Wir haben den Energy Cluster, Mining & Resources und eben den Health & Life Sciences Cluster. Und in diesem Cluster und in meinem Job darf ich mich mit den Mitgliedern, die im Besonderen im Bereich Health & Life Sciences, das sind vor allem Pharma- und MedTech-Firmen, aber auch im Bereich Consulting und Forschung haben wir Mitglieder, die in dem Bereich besonders aktiv sind. Und das Cluster erlaubt mir mit den Mitgliedern Aktivitäten, insbesondere in diesem Bereich zu machen. Events, Roundtables, die sich speziell mit Themen beschäftigen, die diese Industrie treibt. Und wir haben diese Cluster jetzt seit gut zweieinhalb Jahren und es kommt gut an bei unseren Mitgliedern. Das macht auch sehr viel Spaß und ich habe viel gelernt von unseren Mitgliedern, von dem Netzwerk hier in Australien in der Zeit. Und es ermöglicht einen tieferen Kontakt, ein tieferes Eingehen auf die Themen in den einzelnen Industrien. Vielen herzlichen Dank. Darum geht es uns heute auch ein bisschen Einblick zu gewinnen eben in das, was Australien umtreibt und was vielleicht auch die deutschen Unternehmen künftig umtreibt. Also Australien gilt als Standort eben als besonders guter Standort für Forschung und Entwicklung im Bereich personalisierter Medizin. Aber warum ist das denn eigentlich so? Was macht eigentlich das Land so attraktiv? Australien ist allgemein ein guter Standort für Forschung und Entwicklung, nicht nur für Innovative oder Präzisionsmedizin. Es liegt vor allem daran, dass Australien sehr moderne Einrichtungen hat. Die Forschungseinrichtungen, Universitäten, Krankenhäuser sind hochmodern mit hochmoderner Infrastruktur. Gleichzeitig ist auch das Ausbildungsniveau sehr hoch. Das heißt, wir haben sehr gut ausgewählt, sehr gut ausgebildetes Personal aus dem eigenen Land, auch aus dem Ausland und die Regierung unterstützt Forschung sehr stark. Auch gerade im Bereich klinische Studien ist Australien jetzt nicht führend, aber doch, wie man auf gut Englisch sagt, punch the buff it's white. Also wir sind deutlich stärker als die Größe des Landes vermuten lassen würde. Aufgrund auch ähnlicher Bedingungen, eben die guten Einrichtungen, das Personal, dadurch, dass wir auch andere Jahres- und Tageszeiten haben, können, kann in Australien, können Studien durchgeführt werden, die zum Beispiel jahreszeitabhängig sind, können rund ums Jahr herum, man muss nicht warten, bis die Grippesaison in Europa eintritt, sondern man kann Studien eben auch rund ums Jahr hier in Australien durchführen. Die Förderungen der Regierung sind vor allem im Bereich Forschung interessant. Da wird es auch in einem zweiten Webinar, wie ich weiß, noch ein bisschen genauer darum gehen, wie man sich als Unternehmen Steuervorteile erarbeiten kann, indem man sich hier investiert. Gerade in Bereichen Onkologie, Neurologie und Herzgefäßkrankheiten nimmt Australien eine führende Rolle in Forschung und Entwicklung ein. Und diese Bereiche decken sie auch unter anderem mit den Prioritäten der nationalen Gesundheitsversorgung. Zudem ist auch ein großes Interesse, gerade bei den Forschungseinrichtungen, an Kollaborationen mit Industrie und Partnern, um eine schnelle und auch zielführende Forschung, aber dann auch Kommerzialisierung zu gewährleisten. Das Stichwort Regierungsunterstützung fehlt. Also das würde mich nochmal interessieren oder auch sicherlich unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Welche Initiativen gibt es denn? Also vielleicht auch ein bisschen Name-Dropping oder Programme oder welche Investitionen sind abzusehen? Also worauf sollte man achten? Also grundsätzlich fangen wir jetzt mal von klein auf groß an. Eben gesagt, die individuellen Investitionen oder die individuellen Unterstützungen für Investitionen von Unternehmen, wenn man nach Australien geht und Forschung und Entwicklung investiert, gibt es zahlreiche Förderoptionen, die über einen nationalen Grantfinder eingesehen werden können. Häufig, insbesondere wenn Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen gegeben ist, ist es häufig leichter, an diese Balance ranzukommen. Also macht es durchaus Sinn, sich mit Universitäten Forschungseinrichtungen zusammenzusetzen und zu schauen, wo können wir zusammenarbeiten, um in diesem Bereich weiterzukommen. Und eben gerade diese Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie wird besonders gerne gefördert. Andere Bereiche, die es gibt, ist zum Beispiel die Genomics Genomics Health Future Mission. Ist das ein vorletztes Jahr, glaube ich, veröffentlichtes Programm, das mit rund 500 Millionen Dollar unterstützt wird. Ein Regierungsprojekt, das das Ziel hat, die Genomforschung voranzutreiben, vor allem eben um die Verbesserung von Tests und Diagnosen für viele Krankheiten zu ermöglichen, die Personalisierung von Behandlungsoptionen dazu beizutragen und dann auch die Gesundheitsergebnisse gezielter und besser zu erreichen. Und damit auch unnötige Eingriffe und Gesundheitskosten zu reduzieren. Das Ziel der Investitionen ist natürlich einerseits das Leben von vielen hunderttausend Australiern entweder zu retten, zu verändern, zu verbessern oder auch bessere Tests und Diagnosen zu ermöglichen. Aber auch den routinemäßigen Einsatz von Genomik im Gesundheitswesen zu fördern, zu unterstützen, dass das nach und nach Einlauf nimmt. Australien, wie viele andere Länder, hinkt natürlich in der Umsetzung der Genomforschung und Präzisionsmedizin noch ein bisschen hinterher. Die Forschung ist weit, die Anwendung noch nicht ganz so weit, weil viele Aspekte mit reinkommen, wie Datenschutz, Offenheit der Patienten, Ausbildung des Personals. Da kommen viele Dinge mit rein, warum die Sachen nicht so schnell vorangehen, wie man es gerne hätte. Auch natürlich die Regulierung von Präzisions- und Genomforschung ist sehr wichtig, dass hier einfach mit den Daten der Patienten ordentlich und sicher behandelt werden. Was diese Future Mission auch planen zu tun, ist neue hochqualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen und neue Karrierewege auch zu kreieren. Aber auch den Mehrwert der Genomforschung und die Herausforderungen, die damit kommen, wie zum Beispiel Datenschutz in der australischen Gesellschaft zu diskutieren und gute Lösungen für alle zu finden. Und dann auch die Entwicklung einer sicheren Datenspeicherung, einer sicheren Zugangsanalyse, Austausch zum Nutzen der Australier zu kreieren. Es gibt, also das ist jetzt eine Investition, es gibt einige Assoziationen und Verbände, die sich in diesem Bereich sehr aktiv betätigen. Führend hier ist einmal Australian Genomics. Das ist aktuell die führende Genomforschung Präzisionsmedizinsverband. Die Aufgabe von Australian Genomics ist, staatlich finanzierte Genomforschungsprojekte zu unterstützen, diese Forschungsergebnisse dann auch zur Verfügung zu stellen, um Politik, aber auch die Praxis und die Bevölkerung zu informieren. Und vor allem aber auch nationale Standards für die Verwaltung und den Schutz genomischer Daten voranzubringen. Australian Genomics ist ein Netzwerk aus nationalen und internationalen Ärzten, Diagnostikern, Forschern, Industrie, Politik, Verbraucher, die sich eben gemeinsam für eine faire und angemessene Anwendung der Genomik im Gesundheitswesen einsetzen wollen. Was... Bitte, Herr Lohse? Achso, unglaublich viel, was sich tut. Sie waren noch dabei, zu ergänzen. Ja, es gibt noch zwei Programme in Einrichtungen, die sich lohnen zu erwähnen. Einmal hat die Regierung, da sind wir jetzt wieder im Bereich, was macht die Regierung in diesem Bereich, eine Expert Advisory Group ausgerufen, die das Gesundheitsministerium zur Genomforschung berät. Diese besteht aus Forschern, Ärzten, Konsumenten, Industrie, indigener Bevölkerung und auch Regierungsvertretern und ist aktuell im Gesundheitsministerium verankert. Und die Aufgabe dieser Beratungsgruppe ist, eine sichere und konsistente Einführung der Genomforschung zu gewährleisten. Es ist im Gespräch, dass diese Beratungsgruppe in Zukunft zu einer festen Agentur des Gesundheitsministeriums werden soll. Allerdings habe ich da jetzt Stand heute noch keine finalen Infos finden können. Die Absicht ist jetzt schon eine Weile her, aber mal sehen, ob daraus noch eine offizielle Agentur wird. Gleichzeitig wird auch die Industrie vertreten von einem Verband und zwar ist das INGENA, die Industry Genomics Network Alliance. Und das ist die vereinte Stimme in Australien für Industriepartner, die Genomik und Präzisionsmedizin in Australien vorantreiben wollen. Aufgabe von INGENA ist unter anderem Daten, Wissen und auch Studien zur Verfügung zu stellen, die den gesellschaftlichen, aber auch ökonomischen Wert von Genomik herausstellt und damit auch zum Dialog und letztendlich zur Umsetzung beitragen sollen. Es passiert wirklich viel. Wenn ich es mitbekommen habe, ist es auf alle Fälle wichtig zu kollaborieren. Ich meine, unsere deutschen Unternehmen setzen sehr stark auf internationale Zusammenarbeit. Das heißt, wo finden wir denn eigentlich die besten potenziellen Forschungspartner in Australien? Und wo sind da vor allem die Märkte, die Absatzmärkte? Oder gibt es auch noch Lücken im System, die gefüllt werden müssen? Also großes Bild, vielleicht auf die Forschungspartner zunächst eingehen. Also die Forschungspartner findet man tatsächlich überall. Australien hat ein sehr ausgeprägtes Netz an hervorragenden Universitäten. Wenn man jetzt gezielter anfangen möchte, die ganzen Großstädte in Australien haben eigentlich sogenannte Innovation Clusters oder Innovation Precincts. In Sydney, in Melbourne, in Brisbane, in Adelaide gibt es überall wirklich auch geografisch zusammengelegte Regionen, wo sich eben diese ganzen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, unterstützende Services auch gerne wirklich zusammenrotten in einem geografischen Cluster auch. Hier würde ich auf jeden Fall an die großen Zentren rangehen und sehen, wo ist hier mein Ansprechpartner? Wo können wir hier gegebenenfalls kooperieren? Grundsätzlich sind die australischen Universitäten sehr offen für Kooperation mit Industrie. Was auf jeden Fall ein Bereich ist für deutsche Unternehmen, wo in Australien einfach aktuell eine Lücke ist, ist die Kommerzialisierung. Australien ist hervorragend in Forschung und dann, sobald es an die Kommerzialisierung geht, fehlen einfach die lokalen Fähigkeiten und aber auch die Organisationen, diese Kommerzialisierung auf den Weg zu bringen. Daher bleibt häufig den Forschern oder gerade auch Unternehmen, die dann so aus den Kinderschuhen rausgewachsen sind, dann eigentlich nur der Weg ins Ausland, weil in Australien die Optionen begrenzt sind. Hier für Unternehmen die Chance, sich zum Beispiel frühzeitig mit vielversprechenden Forschungen zusammenzutun, darin zu investieren und diese dann bei Marktreife entweder zu lizenzieren oder selbst global zu kommerzialisieren, gerade auch im Bereich High End Genomics oder fortgeschrittenen Technologien ist durchaus eine Option oder auch Unternehmen, deren Business-Modell es ist, bei der Kommerzialisierung zu unterstützen. Da hat Australien auf jeden Fall noch Bedarf. Wo auch eine gute Chance für den Markteintritt ist bei der Herstellung und Produktion und zwar jetzt nicht für die günstige Massenproduktion. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass Australien nicht der ideale Standort dafür ist, aber gerade für hochspezialisierte und hochtechnologische Produktion, zum Beispiel eben die Gen- und Zelltherapien oder auch für personalisierte Medizin oder seltene Krankheiten. Da hier die hochtechnologische Infrastruktur vorhanden ist, das ausgebildete Personal, aber auch die Nähe zum asiatisch-pazifischen Absatzmarkt, wodurch dann die lokale Produktion auch letztendlich wertschöpfend gemacht werden kann. Ein dritter Bereich, wo auch so, ich will nicht sagen Lücken, weil Australien da in dem Bereich vor allem eigentlich relativ stark ist und auch aufholt, aber durchaus Bedarf und Potenzial ist, ist im Bereich Datenverarbeitung, gerade auch im Bereich Genomik, personalisierte Medizin. Es sind eine Unmengen an Daten kommen hier zustande und hier die sichere und zielgerichtete Verarbeitung dieser Daten ist von hoher Bedeutung. Die Anwendung von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning. Unternehmen, die in diesen Bereichen Expertise und Erfahrung haben, haben hier durchaus eine Chance, dadurch, dass Australien einfach noch sehr viel wächst in dem Bereich, jetzt an diesen Zeitpunkt reinzukommen und zu sagen, wir haben Lösungen, die schon funktionieren, wir können euch helfen, diese Daten so auszuwerten, dass sie sicher sind und auch zielführend zu dem führen, was damit erreicht werden möchte. Abgesehen vom Datenmanagement, was denken Sie denn, welche Produkte und Lösungen aus Deutschland vielleicht noch einen Absatz finden könnten, also wenn wir tatsächlich jetzt vom in Australien verkaufen, Export nach Australien sprechen? Ich finde mir schwer, jetzt konkrete Produkte und Lösungen zu nennen. Ich würde eher sagen, Anwendungsbereiche. Da ist es ein bisschen einfacher. Gerade im Bereich mentale Gesundheit hat viel Nachfrage. Es gibt eine Studie von ein oder zwei Jahren, dass fast 50 Prozent der australischen Bevölkerung eine chronische Erkrankung haben und darunter mentale Gesundheit führend ist. Das heißt, die Nachfrage für Behandlungen im Bereich mentale Gesundheit ist sehr hoch. Ebenso auch im Bereich frühkindliche Erkennung und Krebsvorsorge und auch Behandlung, weil hier auch die meisten, die größten Chancen sind, gerade mit Gen-Therapie, mit Zelltherapie auch Auswirkungen zu haben. Eine Studie von vorher erwähnten Ingena und Deloitte, die in Australien durchgeführt wurde, hat ergeben, dass bei Menschen mit Depressionen pharmakogenetisches Testen einen signifikanten Unterschied in der Reaktion auf die gewählte medikamentöse Behandlung ergeben hat. Ebenso ein Testen auf ein genetisches Brustkrebsgehen bei Hochrisikopatientinnen hat erlaubt, entsprechende Vorsorgemaßnahmen vorzunehmen. Also gerade in dem Bereich passiert relativ viel und Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, sollten sich Australien als Markt durchaus ansehen. Ein anderer Bereich, der sehr interessant, allerdings auch relativ speziell sein könnte, ist der ganze Bereich indigene Gesundheit. Die Gesundheitsversorgung der indigenen Bevölkerung ist sehr wichtig in Australien. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Studien, die nachweisen, dass die genetische Basis der indigenen Bevölkerung sich von der nicht indigenen Bevölkerung unterscheidet. Und es muss daher sichergestellt werden, dass diese Bevölkerungsgruppe bei der Erstellung von genetischen Referenzdatenbanken auch inkludiert wird. Es gibt eine aktuelle Studie vom letzten Jahr, bei der Forscher indigene Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen Regionen Australiens untersucht haben und dabei Millionen von kleinen genetischen Unterschieden und Hunderttausende größerer struktureller Varianten gefunden haben, die die DNS-Segmente beeinflussen. Bisher wurden alle Entscheidungen für Behandlungen über das ganze Land hinweg auf Basis der DNS von nicht indigener Bevölkerung getroffen. Und diese Studie bildet die Grundlage für ein neues genomisches Datenset für indigene Australier. Es ist vor allem deshalb interessant, weil es frühere Studien gibt, dass indigene Australier anfälliger sind für bestimmte Krankheiten wie Nierenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und auch viele weitere. Und warum? Das ist noch nicht geklärt. Aber da können die Digenomforschung und auch diese aktuellen Studienergebnisse wirklich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Gesundheitsversorgung auch für die indigene Bevölkerung angemessen und zielgerichtet ist. Also wenn Unternehmen hier Interesse an diesem Bereich haben, ist hier auf jeden Fall eine große Marktschance. Super spannend. Also wirklich sehr viel in Australien los. Nochmal ein kurzes Fazit aus Ihrer Sicht. Was macht Australiens Innovationslandschaft so unique, gerade bei dem Bereich personalisierter Medizin? Ich weiß nicht, aber also unique im Sinne von der Bedarf für die indigene Bevölkerung. Das ist definitiv einzigartig in Australien, aber auch grundsätzlich die Offenheit der Bevölkerung für moderne und innovative Behandlungen. Wo wir jetzt zurückkommen zu den klinischen Studien. Warum ist Australien auch dafür ein guter Standort? Weil die Bevölkerung offen ist. Weil Teilnehmer für Studien gefunden werden können, die Interesse an innovativen Behandlungen haben. Und das macht den Markt natürlich schon sehr interessant und auch sehr einzigartig, in diesem relativ kleinen Land, aber mit dieser sehr diversen Bevölkerung, die aber offen ist für neue Technologien, hier zusammenzuarbeiten und potenziell auch einen Absatzmarkt zu bekommen. Es ist nicht ohne Herausforderungen. Australien ist ein kleiner Markt, sprich auch wenn das Personal hoch ausgebildet ist, es fehlt an erfahrenem Personal in Genomforschung und Anwendung. Hier sind einfach die Kenntnisse noch nicht da, weil es ein relativ neuer Bereich ist. Aber auch hier sehe ich Chancen für Unternehmen, die entweder im Bereich Ausbildung, also wirklich wie kann ich Teams neu aufbauen, wie kann ich die unterstützen, dass einfach diese neue Zusammenstellung von Gesundheitsteams, die einfach nicht mehr nur aus Arzt und Pflegern besteht, sondern auch aus IT-Personal, Datenverarbeitung etc. Wie können wir diese Teams aus medizinischem Personal und anderen Personal, wie können wir die sinnvoll zusammenbringen, dass das Ergebnis am Ende stimmt? Oder wie können wir Lösungen bieten, die vielleicht weniger Spezialtraining erfordern und mehr in Richtung AI gesteuert gehen? Danke, Frau Schicks. Das war wirklich aufschlussreich. Wir haben heute eigentlich wirklich viel gelernt, warum Australien eigentlich so besonders ist im Bereich innovativer Forschung, was die Regierung und auch einzelne Programme, personalisierte Medizin oder Forschung in dem Bereich unterstützt, dass Forschungspartner wirklich überall vorhanden sind in Australien, welche Lücken es gibt und wo auch deutsche Unternehmen Chancen haben. Also recht herzlichen Dank dafür. Zum Abschluss möchte ich aber auch nochmal ganz kurz Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, auf unsere kürzlich erschienene Studie zum Gesundheitsmarkt Australien hinweisen. Diese ist kostenfrei runterladbar von unserer Webseite. Die Studie bietet dann nochmal ein bisschen umfangreicheren Einblick in zentrale Themen, wie Zulassung, Erstattung und Vertrieb, sowie zahlreiche Marktdaten, weiterführende Links, aber auch praktische Tipps, wie eben der Markteinstieg im Bereich Gesundheit in Down Under funktionieren kann. Also ein absolutes Muss für all diejenigen von Ihnen, die sich jetzt noch mehr mit dem australischen Gesundheitsmarkt auseinandersetzen möchten. Bettina Stelz, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung geteilt haben und Einblicke gegeben haben in Australiens Gesundheitswirtschaft. Und auch noch ein letzter Appell, vielen Dank für Sie, die eingeschaltet haben. Auf unserer Webseite exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de können Sie noch viel mehr entdecken zu anderen auch spannenden Märkten der Gesundheitswirtschaft rund um den Globus. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Axel Lose. Zähne Stelz Zähne Stelz